Jo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und wir sind bei mir im Aufnahmeraum in meinem kleinen Zocker-Room, wie ihr schon seht. Ah, was will ich euch heute mitteilen? Ich wollte euch mitteilen, wir haben wieder das Donation Goal erreicht. Dankeschön, Dankeschön für euren heftigen Support. Vielen Dank, Mann. Das ist Nummer 1. Die zweite Sache ist, ich möchte dafür dieses so... Ja, wir haben ja gesagt, wir machen wirklich so Special Events, sag ich mal dann. Und geplante... Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ihr seht das nicht, ich werde das, glaube ich, nicht einblenden. Und zwar habe ich hier den Origins Mod Launcher, ich glaube 1.86 ist die aktuelle Version, und den DayZ Launcher. Und ich überlege gerade, Samstag oder Samstag, wir werden Sonntag wahrscheinlich, weil ich bin heute Abend, wir haben ja jetzt Freitag, ich bin heute ab 8 Uhr weg bis Samstag. Kommt irgendwann Mittag wieder, das wäre mir zu spontan, dann werden wir Sonntag, glaube ich, so einen 12-Stunden-Stream machen. Und vielleicht sogar 12 Stunden DayZ, mal gucken. Also ich werde mindestens 8 Stunden DayZ zocken. Gucken, ob der ein oder andere Veteran am Start ist. Ich muss mir eine Uhrzeit überlegen, ich denke so von... 15 Uhr bis 3 Uhr morgens, würde locker klar gehen. Wir werden gucken, wenn sich das lang zieht, vielleicht noch zwischendurch mal ein, zwei Ständchen arg. Aber ich werde schon versuchen, die meiste Zeit DayZ zu spielen. Und jetzt überlege ich, meine Stimme versagt, überlege ich, was ich gerade installieren soll. Und ich habe jetzt Origins Mod, ist fast fertig installiert. 3,6 Gigabyte von 3,6 Gigabyte. Muss ich, glaube ich, noch einmal stoppen, authentifizieren oder verifizieren. DayZ Epoch werden wir installieren. Linger brauchen wir, glaube ich, nicht. Overwatch. Sarani. Leute, wird Sarani gespielt? Ich weiß nicht. Wir werden mal gucken, was wir machen. Ich versuche mal, vielleicht wollen wir so als Community versuchen, unseren Server zu joinen. Und ein bisschen zusammenzocken, vielleicht ein paar Leute abzuknallen, mal gucken. Also ich will jetzt nicht auf diese Pay-to-Win-Drecks-PVP-Server oder so. Sondern wir gucken uns mal einfach an, was für Server da sind. Ich habe mir sehr viele Server geschickt letztens, auch privat per Nachrichten. Unter den Kommentaren steht eine Menge. Auch ein paar sehr hochgepusht, als ob ich das nicht merke, ihr kleinen Bengel. Aber Overwatch. Sarani würde ich echt gerne mal spielen. Die Map war ja noch nie so wirklich fertig. Taviana 2.0. Dann sehe ich, das denke ich mal, die Origins-Map, glaube ich, vor der dritten Insel. Was ist ein Jade-Groove? Jade-Groove? Kenne ich nicht. Mal gucken. Sag mir vielleicht in den Kommentaren. Namalsk. Namalsk ist auch, glaube ich, Out-Panthera. Würde ich noch gerne spielen. Viele haben gesagt, Epoch-Panthera ist cool. Haben mir ein paar Server-Ips geschickt. Oh, da sehe ich zweimal. Achso, da gibt es eine neue Sarani-Map 1.5. Ja, die werde ich mal auch runterladen. Und, Boys, dann hoffe ich, dass wir uns mal Sonntag sehen. Dass sich da der eine oder andere von euch wiederfindet. Vielleicht mitzockt sogar. Wird geil. Wird definitiv geil. Ich hoffe, kein Skriptor, der Atombom nach uns schmeißt. Aber ich denke, das wird schon. Vielleicht spielen wir Origins ein bisschen. Vielleicht gucken wir Epoch an. Vielleicht dieses, das gucken wir uns ein, zwei Server an. Vielleicht kriege ich ja... Die Motivation. Ich habe mich... Aber was heißt die Motivation? Einen eigenen Server zu machen? Das ist ja immer so... Die Motivation ist natürlich immer da, aber die Administrierung ist scheiße, wa? Na ja, Leute. Ich will euch auch nicht länger aufhalten. Ich wollte eigentlich noch über ein paar andere Sachen reden, was zurzeit auf YouTube läuft. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Habt ihr bestimmt, weil... Digga. Bombenpranks des Todes, ey. Was kommt als nächstes hin? Hinrichtungspranks, Leute. Manche Leute... Ich weiß nicht. Twitch zum Beispiel. Was ich an Twitch gut finde, ist, wenn jemand auf Twitch scheiße macht, er wird verwarnt. Und er wird gesperrt. Also, wir kennen zum Beispiel jetzt letztens, wo ein sehr großer League of Legends streamer, ich glaube, mit 4000 Aufwärtszuschauern, wurde gesperrt, weil er Harassment gegenüber einem seiner Kollegen, also einem anderen Twitch-Partner, betrieben hat. Aber, ey, Leute. Bombenpranks. Muss das sein? In so einer Zeit, sag ich mal. Ich sag ganz ehrlich, ich hab mir das Video sogar angeguckt. Tatsächlich, dass ich mir mal ein Video von dem Kerl angeguckt hab. Und, ich weiß nicht, also, da waren ältere Passanten bei, ja? Wenn die Panik bekommen, wenn die einen Herzinfarkt bekommen, keine Ahnung, wenn ich überlege, wäre ich so mit meiner Oma eigentlich in der Stadt so unterwegs oder so, irgendwie so einkaufen oder irgendwas machen, so. Und irgendjemand würde so einen Prank machen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Jungen anstellen würde oder so. Holy shit. Aber, Leute, ich will hier nicht haten. Leute, ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Und, wir streamen heute, ich denke, bis 8 Uhr danach bin ich weg. Wie gesagt, sonst sehen wir uns vielleicht Sonntag zu den DayZ-Streams. Morgen, genau, morgen Sonntag kommt, ich denke, so gegen 15 Uhr das Finale. Das wird endend geil. Ich könnte, ich wollte, ich hab überlegt, ob ich euch schon ein paar Ausschnitte zeige, aber, Leute, das wird endgeil. Es lohnt sich, also, es ist nicht wie dieser 0815 Let's Play Shit, den man so auf YouTube findet, sondern das, was da kommt, Alter, das ist gewaltige Ladung. Das ist arg vom höchsten Niveau, ja? Vom höchsten Niveau. Also, Leute, Peace out.